Die ganze Abteile von uns sind gekommen zum Sommerfest. Margarine. Ja, Herr Peter. Ich sag dir mal, wie lange kennen wir uns eigentlich jetzt schon? Also, ewig und drei Tage. Aber schön, dass du sie auf dem Sommerfest. So, Herr Peter. So ein Tag, so wunderschön wie heute. So ein Tag, der dürfte nie verheben. So ein Tag, auf den ich mich verteuhe. So ein Tag, so ein Tag. So wunderschön wie heute. So ein Tag. Die Bank, die würde ohne mich dem Schmutz ersticken. So, ich bin es doch, der immer jeden Tag diesen Papier- und Apfel-Eimer auskehrt und sauber macht. Die Kunstfrau Meier-Wähde. Damals, als ich hier als kleine Ansteller der Bank angefangen habe, da waren Sie schon da. Ich habe Sie immer bewundert, sehr bewundert. Ich habe Sie immer bewundert, sehr bewundert, sehr bewundert. Ich habe Sie immer bewundert, sehr bewundert. Ich bin noch nicht im Fernsehen oder die Clementine von der Adelwerbung. Ich habe Sie immer bewundert, sehr bewundert. Ich habe Sie immer bewundert, sehr bewundert. Aber Herr Direktor, Herr Busse, Ihr Papierkorb zum Beispiel, da schaut doch eigentlich gar keiner rein. Und trotzdem waren Sie ja gestern so sauer auf mich, weil ich da nur so ein Stückchen Papier drin liegen lasse. Ich meine es doch nur gut mit Ihnen. Mega muss in seinem Bereich Ordnung halten. Wir brauchen Sie keine Geheimnisse zu haben. Ich bin der Bank, Direktor auf Busse und muss alles wissen. Das war Ihre Geheimnisse, ich habe heute mal gesagt. Ey, Busse, 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 Busselein. Sie verdienen. Sie verdienen ja so viel Geld. Da habe ich gedacht. Pssst, pssst, pssst. Ich dachte ja, so ein Mann Direktor wie Sie, der verdient er noch so viel mehr. Und deshalb wollte ich Sie auch beheiraten. Ich habe das nur für Sie geschwärmt. Oh, mit jetzt ganzem Glück. Das geschieht ja ganz recht, du alter Tyrann. Was sind Sie denn so für Chef? Sie sehen doch aus wie ein Chef. Sie sind ein guter Chef. Machen Sie auch Betriebsfeiern und so? Was für ein Chef sind Sie denn? Ein Oberchef. Ein guter Chef. Sie sind alle Chefs. Aber die Frau auch, oder? Das finde ich gut. Und Sie haben da nicht so eingeliecht. Aber ich glaube, das wird zu Tagen noch genauso. Obwohl manche Männer sagen, das ist nicht mehr so. Oder? Oder geht es Ihnen so richtig gut? So mit den Männern. Na, das ist okay. Ja, ich verstehe. Man kann ja auch nicht immer alles so im Publikum sagen. Äh! Oh, das geht doch nicht. In der Busse sind Sie eingeschlafen. Ja, auf dem Sommerfest. Ach, wisst du so was? Was ich hier auf der großen Wiese, da drüben die Wolken so ziehen sehe. Und die Sonne, da bekomme ich so richtig Sehnsucht nach dem Ferne. Oh! Leute! Da fällt mir was nicht. Oder Hans Albers? Der Paloma? Oh, hey! Oh, hey! Herr Busse! Achten Sie mal da drauf. Was der für eine eigene Art hat das Lied so interpretiert. Hans Albers? Es war ja schon so sehr. Sie sind schon sehr, sehr, sehr nahm. Oh, hey! Was der für eine Zeit? Die Zeit, da wenn Sie das hat! Oh, hey! Oh, du bist doch alle. Entschuldigung! Die Zeit, da wohnt es schon? Die Zeit, weil Sie die Zeit, wie Sie die Zeit, wie Sie die Zeit. Musik Und ich will mir das vieler sehen Ich trink die Sehnsucht fort in die blauen Ferne Wunder mir mehr und mehr lang und stärker Vor mir die Welt, sonst bleibt nicht der Wind des Lebens Leidet mein Kind, die sich drehen, die sich vergeben Aufmerksamkeit, oh hey! Einmal muss es vorbei sein Nur ein Ruhandstunde der Lüge Auf alle anderen zu besuchen